So, bei dir brauchen wir den anderen kurz, denke ich. Ja, der andere hat den Kühlang. Ja. Kann der auch ohne Schuhe? Ja. Hey, Lenny, willst du nicht mal mit Strümpfen probieren, weil du dich dann besser festhalten kannst? Ja. Ja, weil die Schuhe sind zu dick. Nein. Da kannst du nämlich die Füße nehmen, ja, und kannst dich rankrallen. Ja. Könntest du nämlich mehr schaffen? Festgehaft. Du hast auch Klappe. Du kannst mich aber nicht mit den Dänken festhalten lassen. Bei dir im Rücken, aber du bist nur wegen der Schuhe klettern. Erst hochklettern. Lenny, erst hochklettern. Genau. Ja. Die Dänke ist nämlich, dass wir dein Gewicht ist, die Ex-Polverlust. Aber es sind doch noch 20 Meter. Was? Jetzt kriegt er es, siehst du? Aber es ist doch noch 20 Meter. Ne, Brut. Ja. Ne, Brut. Ja. Aber hier ist ein Winko, der passt dann nicht so. Ja, das war vor zwei Jahren und da hatten wir... Einmal geht es um 30 gestern, das war so viele, dass ich glaube, hier in den Augen... Super! Wer war als nächstes, oder? Guck dir den an! Guck dir den an! Lenni, der ist nicht drauf! Lenni, der ist nicht drauf! Jetzt! Lenni, der ist nicht drauf! Es ist nicht drauf! Wenn ja, wenn es nicht angekommen ist, muss man sich doch nur für diesen Tag legen. Ich bin schon wieder stolz um die Polle. Ja, ja. Auch mit Leidern zu sehen. Ja, ich glaube, es ist ein Filmstag. Bei mir geht es nicht. Hallo, ja, ja. Sieg mir gut, weil die Leute machen. Sieg mir gut auf. Ich finde, das ist mir gut. Sieg gut. Wenn es knack macht, rach! Drecksack! Geht das? Ja! Aber was sieht denn da so aus? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn hier? Ja, 14! Ich weiß, man ist recht nicht voll, wenn man da... Ja, ich komme! Ja! Hier, bitte! Allein ist es jetzt besser als da oben. Allein ist es besser als hier. Alle, alle, die ich noch nicht... Oh! Nicht! Nein, du hast es nicht! Natürlich, weil du so viel besser... Ja! Tillin, die hast du nicht verloren! Nein! 16! Wahnsinn! Bam! Bam! Tschüss! Sollte mir Glück! Ich würde dir empfehlen, du machst es auch ohne Schuhe! Und auch die Schuhe auszuderehnen! Ja, ich würde dich für das... Okay, ich würde dann... Aber auch... Achtensieren! Ja!